Diese Geschichte handelt sich um drei Mädchen, die Mut hatten. Das ist ein guter Ort zum Schlafen. Oh, was war das für ein Geräusch? Oh, Rehe waren das. Oh, wie süß die Rehe sind. Lass uns denen folgen. Sondern wirklich, man weiß nicht, wo die hingehen. Oh, wo sind wir? Weiß ich nicht. Oh, schau mal, ein Arnhemann, wie süß. Folgt mir, ich bringe euch zum König. Hallo, lieber König. Kommt, ich zeige euch die Wunderblume. Oh, die Blume hat uns Zauberkräfte gegeben. Komm, wir gehen jetzt nach Hause. Das war Kingdom of Fantasy.